moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem zombie video möchte ich euch einen neuen andere map geht zeigen weil der andere ja vorhin gefixt wurde dieser ist wieder sehr einfach zu machen und ihr braucht erneut euren äther schleier wenn ihr euren äther schleier aktiviert habt geht ihr zum juggernaut so dann legt ihr euch vor dem juggernaut hin leute und aktiviert einfach euren äther schleier und ihr seid unter der map das ganze funktioniert also hier kriegt ihr wieder kein damage wie vorher auch und ja das war es dann auch mit dem video falls euch das video gefallen hat schreibt mir doch in die kommentare lasst ein like da und für all die die noch kein abo bei mir haben können das gerne ändern ach ja leute bevor ich es vergesse falls jemand das ist es machen will oder das ist nicht schafft kann er mir auch gerne in discord join und dann kann ich ihm helfen so macht gut leute bis zum nächsten mal